Herzlich Willkommen! Krisen, Verlusterfahrung, innere Erschütterung, sie bringen am Ende heraus, was ist wirklich vertrauenswürdig, worauf darfst du dein Leben stellen, was ist das Fundament? Und ich glaube, auch das erleben wir gerade in dieser Corona-Phase. Ganz viele Leute merken, dass ihre sogenannten Sicherheiten ihn wie Sand durch die Finger rinden. Nichts hat Bestand, der der Glaube an die allmächtige Politik oder die Leute, die mit Wissenschaft alles erklären können, schon längst verloren gegangen. Nein, wir entdecken, dass das Fundament, das wir brauchen, dass das am Ende unser Herr Jesus ist. In ihm sind wir sicher. Und deshalb, ist es für mich so interessant zu sehen, dass Krisen und Verlusterlebnisse am Ende dazu führen, dass rauskommt, hey, wofür lohnt es sich? Was sind die gesunden Dinge? Was sind die Dinge, auf die es wirklich ankommt im Leben? Was gibt uns wirklich Halt und Sinn? Und eigentlich folgen wir hier einem ewig gültigen Beispiel, das uns das Leben gibt. Nämlich, wir wissen alle, in der Bibel gibt es so einen Satz, da heißt es, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, wird es nie Frucht bringen. Und das ist tatsächlich ein Lebensprinzip, dass Dinge zuerst sterben müssen, damit sie dann in einer neuen Kraft und in einer neuen Form aufstehen können. Wir erleben das im Winter immer wieder. Die Bäume verlieren ihre Blätter, sehen ganz kahl und ganz nackt aus. Aber, was wir alle aus Erfahrung wissen, im Laufe des Winters sammeln sie neue Kraft und dann im Frühjahr sprost und sprießt es mit neuem Leben aus dem Baum hervor. Und ich glaube, dass der Baum uns leeren möchte, zu sagen, hey, Gott macht keine Fehler. Und wir erleben diese Sterbeprozesse in unserem Leben auch. Wir verlieren unsere Jugend. Schau mich an. Ja, das war alles schon mal knackiger und weniger grau die Haare und so weiter. Natürlich, aber wir gewinnen auch eine enorme Lebensreife. Wir verlieren unsere Illusion. Ich wollte mal Astronaut werden, eine eigene Fußballmannschaft haben und so weiter. Und wir merken, hey, alles so komische Träume, die wir losgeworden sind. Und das war gar kein Fehler. Wir verlieren unseren vertrauten Alltagsablauf im Umbruchprozess. Krankheit, Arbeitslosigkeit, Umzug, Kinder ziehen aus dem Haus, neuer Job und so weiter. Und es ist ein Verlust, ja. Aber am Ende ist es auch oft ein Gewinn. Wir erleben katastrophale Verluste. Geliebte Menschen sterben. Freunde verraten uns. Und auch wir frommen. Wir verlieren oft unsere geistlichen Scheinwelten. So fromme Gedanken wie Gott sorgt immer für unser Wohlbefinden. Die Gemeinde sorgt dafür, dass unsere ganze Familie in allen Bereichen immer alles abgenommen wird. Alle müssen mich lieben. Niemand darf von mir etwas erwarten. Und wir verlieren diese Illusionen irgendwann. Und ihr Lieben, das ist gut so. Weil Verluste führen zu einer Entscheidung. Nämlich entweder wir lassen es zu, dass Verluste unser Leben zerstören, weil wir uns versuchen, krampfhaft an Dinge zu klammern, die wir nicht halten können. Oder wir öffnen uns für neue Möglichkeiten, für eine Umwandlung, für eine neue Höhe, für einen neuen Level der Liebe, der Kraft, der Versorgung, der Hilfe Gottes. Und wir merken, Mann, Gott hat tatsächlich viel, viel mehr Gutes vorbereitet, als ich eigentlich dachte. Mich beeindrucken Menschen, die durch solche Phasen des Sterbens gegangen sind, um dann am Ende wirklich wie Phönix aus der Asche zu kommen, zu erleben, wie Gott sie großartig macht. Wer hätte jemals gedacht, dass das Leben von Lazarus zu einem Beispiel für ganz viele Menschen werden konnte? Ich habe einen lieben Freund. Er hatte den größten Melkmaschinenvertrieb im Norden. Er wurde krank. Er verlor seine Ehe. Er verlor am Ende sogar seinen ganzen Reichtum. Aber er entdeckte Jesus. Und er wurde zu einem wirklichen Heilungsglauben, zu einem Heilungsprediger. Und sein Dienst hatte unglaubliche Auswirkungen für viele, viele Menschen. Ich durfte mit ihm zusammen Sozialwerk in Rendsburg starten. Und in seinem Leben war exemplarisch zu sehen, Ja, so viele eigene Dinge mussten sterben. Sogar manche Götzen mussten sterben. Aber dafür konnte Gottes Bestimmung in seinem Leben zum Durchbruch kommen. Und das, glaube ich, wünsche ich dir auch. Sei gesegnet. Vielen Dank, dass du uns zugesehen hast. Wenn du mit dieser Art von Predigt was anfangen kannst und uns unterstützen möchtest, dann würden wir uns freuen, wenn du uns bei betterplace.org oder direkt per Überweisung helfen könntest. Vielen Dank.